Das MG ist besetzt. Scheiße, die Wand an. So, ich muss jetzt an das Haus, was hier unten ist. Da drüben. Muss ich mich verarschen? Rentenkasse freut sich. Wird das dann direkt nachbesetzt oder? Das weiß ich nämlich alles auch nicht. So, ich renne noch mal hier rein. Gut, jetzt muss ich da rein und hoffen, dass da keine Rogues drin sind. Nachbesetzt ist es nicht. Ich erinnere mich, wo ich mir mit Samurai hier rein bin. Das erste Mal genau da bin ich. Was ist da auch passiert? Die sitzen alle da drin, die Idioten. Nein! Warum sitzen die denn da alle drin? Alter, eine Meute, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Deichgraf, herzlich willkommen. Oh, ne Haare. Hast du noch gar nicht gesehen, ne? Chester habe ich über den Jordan geschickt. Ne, er legt noch nicht an. Das MG ist frei da oben. Okay, dann lass mal rein. Er rennt auch noch. Ich habe sie gehört. Hast du sie gehört? Irgendeiner hat was erzählt, ja. Ah, jetzt kommen die. Scheiße, zurück, zurück, zurück. Sie kommen. Ja. Er liegt schon. Da kommt aber direkt der nächste. Wir müssen ja draußen stehen, Mann. Nicht pieken. Ich hat da. Mich auch. Es geht mir direkt auf den Sack, diese Kackwestern. Die scheiße Arschlöcher. Na gut, ich hatte aber auch jetzt nicht. Ich meine, es ist wieder neblig. Ich sehe wieder nichts und die werden wir gleich direkt eine pressen. Du siehst nichts, aber das ist der Wahnsinn. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Oder wir pushen da direkt rein und bleiben da drin einfach sitzen. Schießt du mit Leuchtspur? Ja. Einen habe ich auf dem Dach erschossen. Ich renne mal runter. Du musst mitkommen. Du musst mir ja den Rücken freihalten, ne? Achso. Müssen wir runtergehen. Und sie haben uns schon gesehen. Ja. Ja. Ähm. Und bei dir? Mach mal den Stein weiter vor. Ja, mal sei vorsichtig. Alter Schweder. Richtig? Ja, boah, richtig. Hallo. Junge, Junge, Junge. Er hat es mir richtig besorgt. Muss ich meine Granate werfen? Scheiß, die wandeln. Ich muss die Position wechseln. Er weiß, wo ich bin, der Hund. Ja, ich schmeiß meine Granate am linksten ab. Dr. Ludwig. Das bist doch sogar du da unten auf dem Bild. Sehr schön. Oh, wie ich diese Quest hasse. Das eine Teil habe ich schon rausgeholt, aber mir fehlt jetzt noch das andere. Was kommst du zu mir? Du musst ja. Mein Magen hat sich verabschiedet. Erstmal hinkommen vor lauter Lachen. Können wir auch dann direkt wieder runtergehen. Bloß diesmal mit kurz Feuer. Oh, da kommt einer gelaufen. Bist du das? Ja, ja, natürlich. Alter. Was denkst du denn, dass man so schnell die Hacken schlägt? Boah. Ja. Alter. Geht der Arsch auf Grundeis. So, dann pieke ich mal hier um die Ecke. Ja, machen wir auch. Hier sind wir auch wirklich safe. Also hier kommt von hinten keiner mehr. Das ist ja so ein blöder Baum, Alter. Aber links vorne, den einen musstest du sehen. Oh ja. Schieße ich ja gegen den Felsen? Was ist ja los? Kann sein. Oh nein. So. Der ist weg vom Fenster. Wollen wir oder wollen wir nicht? Ja, wir müssen. Ich geh vorne. So, ich bleib rechts. Du gehst links. Oder umgedreht. Ich geh links. Ja, jetzt kommen die. Die kommen. Geh rüber. Die sind schon hier. Oh, Mann. Ich wollte in Deckung gehen. Oh, Mann, ey. Mich hat er auch, ey. Der Penner. Ach, ist der. Oh, warum? Diese Sackgesichter. Leck mich am Arsch. Mit vier, ey. Und drei haben wir schon down bekommen. Jetzt kamen die von der anderen Seite, ey. Egal wie du es machst. Ey, wieso waren die jetzt draußen? Mann, ich komme nicht gut genug positioniert. Ist das ein Müll? Jetzt. Ob ich hier durchschießen kann. Ich kann. Der wäre schon mal weg vom Fenster. Alt-AT. Oh. Geil. Danke, Verwandtibus. Siehst du mal. Mann. Ich bin so froh, dass ich euch dabei habe. Ohne Witz. Habe ich noch nie probiert. Ich habe mal was gelesen, dass du so smooth lean machen kannst. Aber ich habe es nie probiert. Daher habe ich mir auch die Tastenkombi nicht gemerkt. Aber ich habe hier euch. Und das ist gut so. Berater. Ihr seid meine Berater. Ohne Witz. Ich gucke jetzt rüber. Ohne Witz. Das bin jetzt nur dieser Typ auf dem Dach an. Und der macht mir richtig Sorgen, Figur. Der macht mir noch richtig Sorgen. Der macht mir noch richtig Sorgen. Und ich habe gedacht, die sind alle drinnen, immer. Aber nee, die sind noch draußen, diese Idioten. Und haben gepusht. So, ich muss jetzt da rüber rennen. Als ob man es nicht schon schwer genug hat. Mit Spielwaren muss man hier auch noch den anderen Scheiß im Auge behalten. So, ich muss es sagen, die Oto, ist es so schön. Komt, die Oto, kom. Du siehst auch nichts. Irgendeiner schreit. Du siehst du siehst. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Neun Minuten. Wir müssen es riskieren. Man sieht nichts. Man sieht nichts. Die können aber auch vertraut. Sein Genest ist doch wieder besetzt. Idiotenbande. Alter, leckt mich doch am Arsch, Mann. Ich will doch nur die Quest schaffen. Dann war das ein Spieler, der auf mich geschossen hat, wahrscheinlich. Oder? Ich blick's. Ich blick's grad nicht. Der hat da wahrscheinlich drin gesessen. Aber wo ist er hingerannt? Oder rennen die Rogues hier raus? Rennen die auch raus, die Brüder? So, kommt Leute, wir probieren's nochmal. Ich mach' noch Penkiller. Ich mach' noch mal. Es kann doch nicht möglich sein. Das ist doch nicht euer verfickter Ernst. Ich will diese eine Quest machen. Ich brauch' noch dieses eine Dokument. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.